Der Herr erklärt, was bedeutet Glauben? Glaube es zu glauben, dass ich bin, wer ich bin. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 11. Oktober 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören, betreffend Heilung und Glauben. Da sagt der Herr, Glaube es zu glauben, dass ich bin, wer ich bin und dass ich in der Lage bin, es auszuführen. Der Glaube kann keinesfalls erlangt werden, noch kann einer ihn durch menschliche Mittel ergreifen. Denn da werden Werke getan, ohne Glauben, die tot sind. Und ein Glaube, der Werke hervorbringt, die auch tot sind. Euer Glaube aber kam durch meine Werke, die euch ermöglicht haben, zu glauben, dass ich bin, wer ich bin. Und alle guten Werke, die von euch ausgehen, sind auch meine Werke. Deshalb muss jenes, das geheilt werden soll, in Übereinstimmung mit meinem Willen, sich mir und meinem Willen überlassen und sich nicht bemühen, seinen Glauben durch menschliche Kraft zu vergrössern, als Mittel für ein erhofftes Ende. Vielmehr fügt es sich im Wissen, dass alle Dinge zur richtigen Zeit und Jahreszeit getan werden, entsprechend der Liebe seines Vaters. Ein solches zweifelt nichts an. Es kann keinen echten Glauben geben, abseits von mir. Und ohne, dass mein Geist in einem Menschen zu wohnen kommt, kann sein Glaube nicht von Dauer sein, denn er ist bereits tot. Ob sein Glaube durch viele clevere und gut gesprochene Worte gezeigt wird oder durch viele gerechte Taten, die vor den Augen vieler Zeugen ausgeführt werden, ich sage euch die Wahrheit, jener Glaube wird ganz sicher vergehen. Denn ein solcher Glaube hat keine Wurzeln, dass ein Fundament auf menschengemachten Lorbeeren, äusserlichen Zeichen und grossen Vortäuschungen aufgebaut wurde. Ein Baum, der leicht umzustürzen ist, ein Haus, das auf Sand gebaut wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017